Herzlich Willkommen zu einem neuen V-Log. Heute mal direkt vor meinem Fahrrad. Nein, natürlich nicht. Ich habe mir eine coole Location ausgesucht und dachte mir, bei dem Wetter gehst du doch mal raus und checkst die Lage ab. Aber das Video geht nicht nur darum, dass ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und der Ton scheiße ist. Deswegen entschuldigt bitte, das liegt wahrscheinlich am Wind. Nein, es geht auch nur um ein anderes Thema. Und zwar Adblock. Wow, Scherben. Die Hohensöhne. Also Adblock und die Scherben. Seid gegrüßt meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren V-Log. Heute mal in einer leer stehenden Fabrikhalle. Hier ist es ziemlich abgefahren. Das ist ganz bei mir in der Nähe. Und ich wollte ja immer schon mal vorbeigucken. Und dachte mir, heute schauen wir doch mal hier rein. Das ist mal eine geile Location. Es wäre das übrigens auch überragend. Ich kann mich immer umdrehen. Es sind einfach riesengroße Hallen hier. Überall Graffiti an der Wand, was ich persönlich auch sehr gerne mag. Warum ich aber dieses V-Log Format heute mache, ist ein anderes Thema und zwar Adblock. Adblock habe ich auf meinem Kanal versucht immer zu vermeiden. Das ist ein schönes Thema. Es geht nicht darum, um finanziell irgendwie zu gut dazustehen, sondern eben das Thema, was Adblock mit euch da draußen macht. Die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Adblock hat seit kurzem die Geschäftsbedingungen so geändert, dass die jetzt ein neues Modell haben, ein neues Verkaufsmodell. Hallo Tauben. Und dieses Verkaufsmodell zieht darauf ab, dass wir als Kunde bei Adblock, ja, wir sind alle Kunde, dann doch Werbung kaufen können. Das heißt, Adblock gibt den Firmen, die dafür Geld bezahlen, die Möglichkeit, trotz Adblock zu werben. Und das ist kranke Scheiße, Leute. Darüber könnte ich mich richtig aufregen. Wenn jetzt hier nicht über Scheiße wäre am Boden, würde ich mich auch richtig drüber aufregen, aber das lassen wir mal sein. Ich möchte euch nur eins sagen. Wenn ihr wollt, dass eure Lieblings-Youtuber Geld verdienen mit YouTube, macht Adblock aus. Wenn ihr wollt, dass der Reifen nicht mehr durch Scheiße läuft, sagt ihnen in den Kommentaren, er soll aus dieser Halle rausgehen. Nee, aber mal ganz im Ernst. Ich bin euch sehr dankbar, da mein Wunsch und mein Traum es gerade ist, mit YouTube Geld zu verdienen und meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass ihr die Dinge ausmacht. Es bleibt immer eure Entscheidung. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte aber keine Werbung gucken, ich finde Werbung scheiße, ist euer Ding. Wenn ihr aber sagt, Ralf, das bisschen Werbung tut mir nicht weh und damit verdienst du dein Geld. Davon muss ich Miete, Strom, Wasser, etc. zahlen. Internet, alles. Ihr wisst schon. Dann macht doch bitte Adblock aus. Ansonsten, wenn ihr mal eine Tour haben möchtet durch diese Hallen, die sind echt fucking freaky und es ist nur eine Halle, in der ich gerade bin, dann stellt es mir auch mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, lest mal die Artikel durch, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und zwar sind die auch sehr cool von Mobile Geeks. Das ist eine coole Webseite. Die schreiben wirklich tolle Artikel und da könnt ihr euch mal einlesen, was denn das Unternehmen Adblock oder die GmbH, die dahinter steht, so alles macht. Wie zum Beispiel Spam-Werbung, Glücksspielseiten. Lest es einfach selber durch. Also ich möchte mal sagen, Adblock, ihr seid eine scheiß Firma, ja. Ihr verkauft was, ein Produkt, suggestiert den Leuten, ihr seid der coole Samariter im Internet, ihr müsst keine Werbung mehr gucken. Auf der anderen Seite sagt ihr, hey Microsoft, Skype, habt ihr Bock Werbung bei uns zu schalten, gebt mal Kohle, gebt mal Kohle, ne. Und somit sind sozusagen die Samariter, die ja die Werbung blocken, dann doch die Penner, die das Ganze wieder untergraben. Also da wird mir schon fast ein bisschen schlecht. Das liegt nicht nur an der ganzen Vogelscheiße hier, sondern eben auch an dem Thema. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und jo, ich würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Peace out!